Und ich drehe mich mal wieder, wuiiii JA! BITTE! KOMM! 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 JA! So Leute und willkommen zurück zu einem neuen Job Zu dem Maze Bank Mega Jump Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen 1, 1, 1, 1, 1, 1 Oh nein, ich hab Disconnect Oh ne Mann Ey, das schneide ich rein, Mann Wieso denn? Ne, warte, dann mach ich nochmal, ok? Ja Jo Leute und willkommen zurück zum Maze Bank Mega Jump Ausrufezeichen, 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 Ausrufezeichen Endlich Der Paddy wollte das ja rausschneiden, reinschneiden, wie ich Disconnect hab War ja so lustig schon Ja, das ist so ne geile Szene, Mann So, so toll So toll So megacool, so episch Weil ich hab mich so gefreut und dann bin ich so rausgeflogen Dann war ich so enttäuscht Schreibt's mir in den Kommentar, wie findet ihr diesen Rausflug von Beam Ach, was ne für ein Auto, scheiße Jetzt hab ich einfach den Entity genommen Ach, scheiße, da hab ich jetzt auch nicht drauf geachtet Weil wir die ganze Zeit nur rumquatschen, Mann Ja, genau so, ja, 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 oder huch Los, lass uns ein Let's Play machen, ohne zu reden Aber dann wären wir mit Abstand besser Okay, wir fangen an Oh, das wird so schlecht Das ist bestimmt so geil Eres hat ne definitiv coole Hupe Okay, wir sind gespannt, wie das Rennen wird Und ihr bestimmt auch, oder? Hm Jo, blitzstatt Ego Versteaart Nicht ram, bitte, bitte nicht ram Bitte nicht ram, bitte nicht ram, bitte nicht ram Bitte nicht ram, bitte nicht ram Aaaaaaaaaaah Ich hab's schon extra... Oh, oh mein Gott, was ist das denn da? Wieso denn das... Oh Gott, oh Gott Alter Oh mein Gott Oh mein Gott! Oh Scheiße! Boah, wie soll das denn gehen? Und ich bin explodiert! Okay, wir müssen nochmal neu starten oder muss der Speed aufbauen? Dann muss er richtig... Ich mach einfach Respawn, wahrscheinlich... Oh nein, der eine schafft das sogar! Das reicht doch niemals aus, von wo ich jetzt hier starre. Wow, okay, das geht auf jeden Fall von hier. Das geht auf jeden Fall von hier. Oh, Patti, da hast du ja wieder was total Lustiges rausgesucht. Wie machst du das bloß immer? Boop. Tja, ich fand immer die tollsten Sachen. So, ich glaube ich hab's geschafft. Ich hab's geschafft, ich hab's geschafft. Ist dann schon das Ziel da, oder muss man da noch irgendwas machen? Wie, du hast's schon geschafft? Ich komm da gar nicht hoch. Du bist dein Noob, 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 Noob. Was muss ich denn jetzt machen? Weiß ich nicht. Ist das nur eine Runde, oder wie? Hä? Wie, man muss auf das Gebäude oben drauf, oder was? Ja, das war's dann anscheinend schon. Das ist doch gar nicht zu schaffen. Also, weil ich bau da gar keinen Speed auf, ist das? Das geht nicht. Boah, das ist ja total lustig. Hier schreibt gerade einer eine Nachricht, das geht nicht. Ja, das geht auch nicht. Hä, wieso denn das geht? Weil man nicht mehr beschleunigt, wenn man da einmal fährt da oben. Hä? Das ist doch physikalisch unmöglich, du. Das ist doch... Ne, das... Hä? Hä? Was ist das für ne Map? Oh, Paddy, Alter. Was ist das für ne Rennen? Oh, Paddy. Jetzt sehe ich's ja auch, weil ich auch mal oben war, aber... Da hat man ja oben was vergessen zu bauen. Äh... Jetzt weiß ich, warum's nicht geht. Ich habe es von, ähm... Das war ein Punkt-zu-Punkt-GTA-Rennen. Ja. Und in GTA-Rennen, da gibt's ja immer diese Nitros. Ja. Und ich hab's auch Punkt-zu-Punkt einfach nur gestellt. Ach so, ähm... Und da... Na, dann probieren wir's nochmal, würde ich sagen, oder? Dann würde ich sagen, äh... Machen wir hier kurz einen Cut und dann sehen wir uns gleich wieder. Alles klar, okay. Bis gleich. Bis gleich. So, Leute, und willkommen zurück zu Maze-Bank Mega-Jump Take 3. Ausrufe, Zeichen, 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 Ausrufe, Zeichen Achja, welche sollte ich? Beschleunigung am besten, am höchsten, ne? Ah, ich nehm den Entity. Entity? Entity. Nehme ich den auch. Den hatte ich ja eben schon. Nehme ich den Entfernung, weil den mag ich ja auch gerne. Nehme ich den einfach mal. Bereit zum Spielen. Let's go. Und es sind noch mit dabei Big M79. Oh, du hast mit Waffen gemacht. Mit Waffen? Ja. Ja, musst du ja. Achso, okay. Und, äh, können wir ja das Rennen nicht absolvieren, weil wir keinen Speed haben, um da hochzukommen. Yeah, das Hupkonzert geht wieder los, wuhu. Standard bei jedem Rennen, aber ich find's cool. Ich hab aber leider keine so coole Hupe. Und Leute, es sind jetzt Fahrzeuge eingestellt, also NPCs fahren hier rum, Polizei ist auch eingestellt. Damit wir den Schwierigkeitsgrad noch ein bisschen erheben. Waffen freigegeben. Okay, haut ab. Geht weg. Lass mich los. Hilfe. Okay, Leute. Oh. Brauchen wir Speed, Leute. Jetzt brauchen wir Speed. Oh mein Gott. Ich hab's nicht geschafft. Verdammt. Oh nö. Explodiert. Ich hab auch total verkackt, ich hab einfach schon scheiße gebaut. Oh nein, Leute, ich hab die Ampel noch mitgenommen. Leute. Nächster Versuch. Jetzt nochmal. Jetzt aber. Da ist ein Helikopter. Nein, nein. Was macht der Helikopter da? Weiß es nicht. Was macht der Heli da? Oh mein Gott. Ich brauch mehr Speed, Leute, ich muss noch ein bisschen Anlauf nehmen. Respawn. Ja, du musst doch richtig viel Saft aufhaben, ey. Oh nein. Ach, wie nutze ich nochmal den Boost, Alter? Äh, mit L3 und ich fahr hier verdammt nochmal runter, ey. Ja, ich auch. Und ich fliege, 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 fliege im Mauseschritt und explodiere mal wieder. Oh, die Session wird total lustig. Oh ja, ich merk diese Emotionen in mir. Geh weg, das Otto-Spie-Hilfe. Ich darf jetzt nicht zum Rand, ey. Äh! Weg da! Nein, verdammte Kacke! Du bist auch runtergefallen, oder? Ja. Ich will's hoffen, Alter. Du hast mich runtergehauen, du Sack. Oh, ich dachte schon, ich hab's geschafft, Alter. Warst du das in einem roten Auto? Ja, ich war der im roten Auto. Nimm sch- Ups, sorry. Oh, Mann! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße! Oh, Scheiße hier! Oh, das macht so Spaß! Das macht so Spaß! Oh, was macht dieser Helikopter eigentlich? Wieso? Wieso? Hier ist kein- hier ist kein Boosting. Und ne Boosting-Kromos so gar nicht... Okay, ich muss mal an... Oh, wie der Patty! Guck mal, der Patty da! Das glaue Auto ist der Patty! Voll der Schlumpf! Voll der Schlumpf! Ach, Mann, Patty! Trottel! Oh, wie geil, Alter! Einfach auf die Rampel stellen und nix mehr durchlassen, hier. Ich schieb dir rechts. Was macht der Helikopter, Alter? Jetzt! Danke! Oh! Aber, ich glaube, hat überhaupt schon jemand hochgeschafft? Ich weiß es nicht. Ich rappe hier einfach jeden, ey. Das ist doch scheiße hier! Das ist doch Spie- das ist doch dumm! Wer macht denn sowas? Geil, Mann! Ey, komm, jetzt muss ich es aber schaffen! Scheiße, Mann! Ja, du bist dran vorbei, doch! So, jetzt aber hier! Komm, Leute! Jetzt schaffe ich es aber! Komm her! Speed, 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 Speed! Oh mein Gott! Wieso ich denn das schaffe? Ey, Leute! Wie sollen wir denn das schaffen? Ganz ehrlich! Das ist doch... Das geht doch nicht! Und ich dreh mich mal wieder! Wuiiii! Ja! Bitte! Komm! Komm! Ja! So knapp, Leute! So knapp! Oh, das gibt's doch gar nicht! Ja, bei mir war's auch, aber dann habe ich die Kontrolle verloren. Ach, scheiße, ich dachte, ich kann doch vielleicht umzünden. Ne, er hört's! Hey, man kann rauspringen! Hey, man kann rauspringen! Ich hätte ein bisschen mehr Boost noch gebraucht. Oh, Alter, okay, das war jetzt lustig gewesen. Ja, das stimmt! Ich würde da jetzt hochkommen, Alter! Mit Feitscham zu sterben? Das ist witzig! Ne, man muss warten! Welcher Trottel... Ach so, das ist ein Passanten... Bist du das gewesen? Ne, das war ich nicht. Das war nicht. Ja, welcher Trottel... Welcher Trottel... Oh, Leute! Wir hatten hier... Wir hatten mit Verkehr eingestellt eigentlich. Weiß ich nicht. Ui! Hallo! Ach, Mann! Ey, guck mal, was man hier machen kann! Ey, guck mal, was man hier machen kann! Ey, guck mal, das will ich jetzt mal machen! Boah, Alter! Wir werden mal was ausprobieren! Geh mal weg hier! Wir werden was ausprobieren! Ey, das ist nicht lustig hier echt, sich da einen Weg zu stellen! Hopp! Also, es war immer kurz lustig, wo ich's gemacht habe! Hopp! Okay, Leute, drei! Zwei! Zwei! Eins! Hä? Wuuu! Das hat Boom gemacht! Das war witzig! Ach, nein! Nein! Jetzt rückwärts! Ach, die Kacke! Oh! Oh! Ich hab keinen Bug mehr! Vorsichtig! Nein! Ich rutsche! Ich rutsche! Huiii! Verdammt! Explodiert! Das ist das geilste! Man landet mit einem Dach auf dem Bohnen und man explodiert! Instant! Ich würde es jetzt aber schon gerne wenigstens einmal da nicht schaffen, ey! Ganz ehrlich! Geh weg! Du bist ja auch noch hier! Geh bloß weg, du! Jetzt nimmst du mit dem Boost weg, du Arsch! Nein! Das hast du auch ohne Boost! Also die Rampe da vorne! Nein! Ach, Mann! Es ist aber auch scheiße schwer! Ja! 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 Nein! Nein! Sag ich's doch! Das war echt so knapp, Mann! Ja! Bei mir doch vorhin auch! Oh! Verdammte Kacke! Oh, Mann, ey! Das war echt so knapp, ey! Ich wäre ein bisschen weiter nach rechts gefahren, dann hätte ich's vielleicht geschafft! Ja, dieser Helikopter nervt ja mega! Ob man das wirklich schaffen kann, ey? Ich weiß nicht! Ja, warte mal! Warte mal! Oh nein! Ich bin hinter dir! Ich bin hinter dir! Oh! Das... Wartet mal! Aber hey! Ich bin schon mal... Wow! Hey Beep! Hallo! Grüß dich! Hallo! Hallo! Nee! Ey! Die Bullen sind auch schon hier! Scheiße! Ey! Was soll denn das? Hier komm ich nicht mehr hoch, ne? Oh, da fehlt echt nicht mehr viel! Da musst du ein Dreieck drücken! Ups! Warte mal! Ey, weg da! Das ergibt aber ein geiles Sandnähe hier! Weg da, Leute! Und... Geronimo! Jetzt hier aber! Das sieht noch richtig cool aus! Jetzt aber hier! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh mein Gott! Leute! Schaff ich's! Was sagt ihr? Schreibt's in die Kommentare! Ich mach mal Ego! Ja! Ja! Nein! Ich glaub's nicht! Jetzt bin ich da wo du warst, ey! Guck mal, über dir! Ich hab kein Fallschirm mehr! Scheiße! Verdammt! Au! Tot! Das ist... Ich hatte mein Auto noch auf mich drauf gefallen, so wie es aussieht! Oh Mann ey! Das ist echt geil! Also jetzt ist es witzig! Jetzt ist es witzig, ja! Das wird auf jeden Fall gespeichert für nochmal irgendwann! Ja! Das ist so! Oh! Du Arsch! Das warst du, ne? Du, du blaue! Der blaue Schloss hat dich überholt, ey! Komm ich mach ein Saito! Vielleicht geht's ja dann! Das Ding ist, wenn du jetzt ein Ziel schaffst, bist du glaube ich Zweiter sogar noch! Ne! Schau ich nicht! Rausspringen! Das war echt nicht zu schaffen! Also ich krieg's... Es muss zu schaffen sein, aber es ist sauschwer! Du musst jeden Bußfass mitnehmen! Ja! Und die ganze Zeit musst du L3 drücken, ne? Ja! Ach du Scheiße! Ey Leute! Wuhu! Was geht? Probier's nochmal! Ah, das ist so assi! Hui! Hallo! Oh nein! Da ist er echt! Da stand ein Scheißpassant hier! Hui! Batz! Gut! Boah! Sieben Minuten machen wir das schon und wir schaffen es immer noch nicht! Komm jetzt aber hier! Ich muss echt jeden Buß mitnehmen Leute! Kann ich ihn einfach wieder hochfahren jetzt? Nein! Oh jetzt! Jetzt! Bitte! Bitte! Ja! Nein! Wie lange geht denn das eigentlich? Bisschen nach links! Ah! Verdammte Kacke! Und nochmal rausspringen! Jetzt habe ich kein Fallschirm mehr! Oh Alter! Oh! Das wird schmerzhaft! Ah! Da sind glaube ich alle Knochen! Gibt es hier kein Zeitlimit? Nein! Bis es mir jetzt einer schafft, dann läuft der Timer! Oh die Bullen! Was machen die denn? Boah! Was macht er denn? Wieso bist du denn so langsam? Der Typ vor mir! So jetzt hier ab geht's! Muss ja mal ein bisschen aufräumen! Na da da! Ja das schaffe ich nicht! Ich bin viel zu langsam! Na da da! So schaffts oder? Wow! 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 Ja! Ich bin im Ziel! Ich bin im Ziel! Na aber geil! Ey das hätte ich jetzt nie erwartet! Krass! He might say! Weil hier noch ein Typ vor mir war, der hat mich ja übelst abgebremst! Ich bin im Ziel, Alter! Ja ich rutsch wieder runter! Und I'm spinning around the world! Gut! Wenn mich die Leute nicht die ganze Zeit rammen würden ey! Ah was mach ich denn hier? Oh guck dir diese Typ man! So! Wurde nix! Das war der Versuch! Nein 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 nein! Ich würde es noch einmal auf die Rampe schaffen! Okay! Einmal noch! Einmal noch! Einmal auf die Rampe! Auf die Rampe! So! Okay! Du warst auf der Rampe! Und jetzt rückwärts alter! Ja jetzt häng ich auf! Ja jetzt häng ich auf! Und jetzt rückwärts alter! Ja jetzt häng ich auf! Okay! Ich würde sagen ich schaffts nicht mehr leider nicht! Jo Leute! Dann machen wir an diese Stelle erstmal Schluss! Gebt uns bitte Feedback! Ob ihr Lust habt dass wir mehr von solchen Missionen sehen wollt! Weil die wirklich super ich sag mal schon abgefuckt aber super schwarz ich irgendwie sind! Da gibt bestimmt noch einige! Da würden wir noch ein bisschen was raussuchen! Weil ich fand's witzig! Ich fand's cool! Also wenn ihr davon mehr wollt! Denk an Daumen! Denk an Feedback! Und auch das Einsenden der Jobs nicht vergessen! Würde uns auf jeden Fall freuen! Ich komme Beam! Ich komme! Eiter! Eiter! Oh doch nicht! Das war doch ersichtlich dass du vorbeifliegst! Na! In diesem Sinne Leute bis zur nächsten Folge! Tschüssi! Tschüss! Tschüss! Hey! Du bist doch nicht explodiert! Ja! Ist ein Wunder! Machst du erstmal das Auto sauber im Brunnen! Ja! Das sieht richtig gut aus! Das sieht aus als wäre das geplant! Mhm! Es geht Junge! Es geht! Es geht nur um die Uhrzeit! Es geht um die Uhrzeit! Vielen Dank.